Was ist das? Wo sind wir? Was ist das? Wo, wo, wo? Was steht? Schildstiefel aktiviert. So. Okay. Okay. Aber zuerst mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Halo 5. Es bleibt spannend. Also, Spartans, wir bewegen uns runter. Ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt aufzugehen. Schneller! Oh shit! Ich hab das Loch nicht gesehen. Okay, peinlich, peinlich. Ganz peinlich. Da sind wir ja schon dran. Schießen und... Okay. Okay. Die Arbeit mit der Schwerkraft. So sieht's aus. So sieht's aus. Bleibt in der Mitte und achtet auf Lücken. Huuuude. Nochmal. Im Alltempo. Weiter, 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 weiter. Nochmal. Vielleicht will er das hier auch. Das wissen wir nicht so genau. Oh shit, oh shit, oh shit. Das wäre fast mein Dude gewesen. Ich will ja nichts sagen, aber die Hälfte von euch kann ich stehen lassen. Oh Gott, oh Gott. Komm, Magnetschuhe, komm. Und gleich... Nochmal. Wo falle ich hin? Warte mal. Das funktioniert? Sind wir hier richtig? Versuchen wir's nochmal. Spartan Jameson Lock an Sierra 117. Bitte komm. Chief. Dr. Horsey schickt uns. Wir sind hier, um ihnen zu helfen. Wie sind Sie hergekommen? Wir sind eine lange Geschichte, Sir. Cortana aktiviert Blutsväter. Ich weiß nicht. Die sind im Tor. Sie sind es. We are the Marine. Sie sind es. 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 Sie kommen wirklich herum. Cortana? Wir sind also richtig. Hallo. Ein Illuminat. Mein Name ist 031 Exuberant Witness, Illuminatin der Genesis Installation. Willkommen. Wollen Sie auch Cortana davon abhalten, die Aufgabe zu übernehmen? Die Aufgabe? Ein Galaxieweiter erzwungener Frieden. Furcht vor dem Tode überwiegt jede Lust am Leben. Greif auf Ihre Kommunikationssysteme zu. Oh, im Übrigen, da draußen warten einige unfreundliche Besucher. Ich habe Ihnen das gebracht. Holy shit. Sie können das gebrauchen. Ja, definitiv. Ein Skorpion. Ja, ich schätze, damit lässt sich was reißen. Ich habe es in den Trümmern der Ankunft von Wichter 3209 entdeckt. Schnapp mir dieses Lichtgewehr. Ich schnapp Sie das auch noch. Soll Sie dir, Spartan? Verstanden, Lock. Und Teda. Geht klar, Lock. Schneller. Schneller. Versuchen wir es damit. Wir versuchen es jetzt mit Fahren. Oh ja. Los, los. Los geht's. Okay, gut. Ich habe eine ganze linke Seite. Das heißt, ich kann so schützen. Auf meiner Installation habe ich nie Kriegerdiener getroffen. Nur Erbauer und Lebensforscher. Wie überaus aufregend. Ja, die heißt es tot. Die Überraumblasen der Wächter bringen eine beträchtliche Menge Schrott von ihren Ursprungsplaneten mit sich. Jemand sollte denen verklickern, dass der Krieg vorbei ist. Storben! Wächter! Nochmal einer. Wie viele wollen denn noch kommen? Ein einziger Wächter genügt, um ein Sonnensystem zu überwachen. Was für eine Machtdemonstration. Sorry, überwachen? Machtdemonstration? Korrekt. Mit den Wächtern hielten die Blutsväter den Frieden in den niederen Systemen aufrecht. Wie Sie sehen, zielen die Abwehrmaßnahmen von Genesis auf die Eindringlinge. Auf der dauerliche Reise werden sie auch Sie als Eindringlinge starten. Das ist deine Installation. Kannst du uns nicht durchschleusen? Nein. Durch den Wärter und Cortana wurden mir die meisten Administratorrechte entzogen. Aber keine Sorge, ich habe immer noch die Kontrolle über einiger Asmengte dieser Anlage. Wir kälten diesen Ghost auf! Wir kämpfen uns auch durch. Ist mir ja geschnurrt, egal wie wir ihn kommen. Hauptsache wir siegen. Ach komm schon, Panzerfeinde. Auf die Seite. Was ist am Anflug? Oh shit. Nein. Noch keine Flugzeuge und Raketenwerfer. Der steht ja noch. So ist es geplant, meine Liebe. So ist es geplant. Ach die Scheiße. Nein. Ding. Der Skorpion hält nicht mehr lange stand. Ein verdammt dickes Kaliber. Das ist ja auch die Absicht dahinter. Der Weg endet wohl hier. Exuberant. Ich werde sie aufhören. Bring mich voran. Ja, warte mal. Wir haben hier noch einen Raketenwerfertyp getötet. Soll ihn mal einer töten, bitte. Schrotflinte, Schrotflinte, was hier liegt. Ansonsten nichts brauchbares. Wir fahren weiter mit dem Krüppelpanzer. Das kriege ich nicht schon hin. Das Tor ist fast bereit. Beeilung. Was ist das Tor? Eine Brücke zwischen der Domain und Genesis. In diesem Gebäude wird Cortana in der physischen Welt wiedergeboren. Da, das Tor. Der Master Chief ist da. Komm. Will. Los. Ihr auch. Hop, hop, hop. Sie bereitet sich auf etwas vor. Es lässt sich nur nicht sagen, worauf. Warte mal. Soll ich den Panzer? Komm, ich fahre den Rave mal. Mit dem Panzer bin ich ja schon gedüsst. Ich fahre mal Rave. Ich will mal gucken, wie das ist. Genesis ist ein wirklich prachtvoller Planet. Moment. Aber für gewöhnlich etwas ruhiger. Recht einsam sogar. Aber prachtvoll. Wenn die ja was zum Abschiessen gebrauchen. Sie wollen es nur in diese Kampfe und mit einer ganzen Armee aufnehmen. Wie leichtsinnig. Komm, steig bei mir auf. Bitte. Hallo? Die Ketten stehen unter Beschuss. Mach mal Ruhe da. Also, einer bitte fahren. Dieser Skorpion braucht einen Fahrer. Also, das geht nicht. Servieren wir schön bei Ihrer Ziele. Also gut. Ich muss es anders machen. Nehm das. So, beide rein. Hop, 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 hop. Verdammt, da ist es normal. Fahre ich halt das halb kaputte Teil? Einen nach dem anderen hier. Oh, 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 oh. Oh je. Ich war noch nie zuvor in einem Gefecht. Wie beunruhigend und aufregend. Ach, ey. Halt ihn ruhig. Jetzt verstehe ich, wieso der Werder von Ihrer Gegenwart so beunruhigt ist. Sie sind recht destruktiv. Das heißt, sie destruktiv. Das ist doch alles nur ein Geschäft. Ich muss zugeben, trotz allem kann ich nicht anders, als das öffentliche Leben zu finden. Ja, okay. Sie sind sehr interessant, die KI, muss ich gestehen. Servieren wir schön weitere Ziele. Ah ja, okay. Haben sie hier eingenistet? Wieder vielleicht noch gute Waffen. Ich wage es mal, ganz kurz hinzugehen. Ja. Wie viel Zeit bleibt das? Sehr wenig. Nicht genug. Eigentlich gar keine. Warum sagst du es dann? Eigentlich gar keine. Ja, super. Das ist... Chief der Allianz. Hekt er mit ihm. Wie weit er nach hinten? Gut, sehr gut. Wow. Verdammte Axt. Nein. Die Menschheit hat sich nicht viel verändert, seit sie das letzte Mal die Sterne bereist hat. So totbringend wie eh und je. Hörnaker gefallen. Läufer wir. Ketten spieler den Beschuss. Scheiße. Hau drauf. Hau drauf. Der Springer ist tot. Okay, jetzt muss ich auf der sicheren Distanz arbeiten. Das Ding hält nichts mehr aus. Das ist nur noch eine Blechmüllbox. Die auf zwei Raupen läuft und einen Kaliber ballern kann. Von zerstörerischem Ausmaß. So. Halt ihn ruhig. Besser zielen. Ich kann nicht ruhig halten. Scheindlicher Phaeton. Nein, 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 nein. Sporkier wird geschossen. Es ist interessant zu sehen, wie alles gegeneinander kriegt. Okay, das ist das Ende, wenn der mich erwischt. Naja. Ich muss gestehen, so schlimm finde ich das gar nicht. Wir gehen mal oben durch. Ich gehe nicht da vorne durch. Ich will hier durch. Keine Ahnung, ob das clever ist oder nicht. Wir probieren es einfach aus. Wo muss ich hier überhaupt hin? Ich glaube, es muss da durch. Ach so. Dann soll ich da auf die Brücke wählen können. Wäre vielleicht sogar cleverer gewesen. Naja. Bleib zusammen. Wir haben Vale verloren. Du bist auch ein bisschen offensiv, Vale. Ganz ehrlich. Ein Tick zu offensiv. Das ist jetzt die Priorität, das Ziel zu wechseln. Geradeaus. Geradeaus. Hier sollte eigentlich eine Brücke sein. Gibt es noch einen Weg rüber? Moment. Der Moment ist nicht gut. Moment bedeutet, dass Spawn jetzt ein gleichfallender. Ich hoffe nur, sie hält. Mir nach. Wenn ich was sehe, werde ich ein Zeichen geben. Mit Schüssen. Beeilung, Menschen. Dass du hast Kraft. Schlechte Neuigkeiten, Menschen. Der Werte hat uns entdeckt. Den haben wir schon mal zerlegt. Und vermutlich nicht zum letzten Mal. Er ist recht wie eine Trant. Werte, warum hilfst du der Dienerin? Das entspricht nicht dem Protokoll. Es ist falsch. Du wirst hier nicht länger benötigt, Illuminaten. Ja, da. Wir rücken den Unheil bekommen. Ich habe keine Ahnung, was Cortana macht. Und wie werden sie rausfinden? Komm, Panzer hoch. Fantastisch. Ich bin überglücklich, dass sie noch leben. Aber der Werte war trotzdem siegreich. Wie das? Cortanas Plan ist so weit vorangeschritten, dass jede Sekunde ihr hilft. Okay, ich glaube nicht, dass ich hier durchkomme. Kann ich vorne wenigstens zu? Das ist, glaube ich, nicht die Absicht, dass man hier mit dem Panzer weitergeht. Meinst du? Ich glaube, hier ist eine unsichtbare Wand. Ich komme gar nicht weiter. Schade, in den anderen Halo-Tilen konnte man immer mal ein bisschen weiter boosten, sich weiter tricksen. Na ja, ich kann. Irgendwie halt zu Fuß. Interessant, dass Menschen hier überleben können, wo andere es nicht vermögen. Ihre Zähigkeit war für die Blutsväter schon immer ein Ärgernis. Wo sie schmieden und planen mussten, konnten sie schlicht handeln. Die Menschen halt, ne? 1-1-7, wenn sie mich hören können. Wir nähern uns dem Tor. Halten sie die Stellung. Cortana blockiert den Funk? In der Tat. Aber ich kann Ihnen versichern, dass die Menschen noch im Tor sind. Schön. Geschafft! Das ist nicht gut. Nimm die Waffe auf, verdammte Angst. Hol dir die Waffe. Du bist der Boss. Bin ich, ja? Ein abgestürzter UNSC-Pedicant. Muss von der Hyper-Raum-Blase erfasst worden sein. Wurde ich Munition, wenn nötig. Aber wir müssen weiter. Bin vor Ort. Wechsle die Waffen. Hol dir die Waffe da. Wird erledigt. Schneller. Cortana aktiviert Genesis-Untersysteme. Sie bereitet ein militärisches Manöver vor, das es das mit dem Reich der Blutsväter nicht gab. Sie müssen sich beeilen, wenn Sie sie aufhalten sein. Ich habe euch wohl falsch. So scheint es. Euer Verhalten für Hartnäckigkeit, auch wenn es in Wahrheit selbstwörterisch erwartet ist. Ihr habt ihn bestimmt verletzt. Weiter so. Wir haben euch wacher geschlagen, Spartans. Doch euer Kampf ist vorbei. Das seh ich anders. Ja, hat ihm ein paar Granaten gekostet. Oh, scheiße. Irrelevant. 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 Ich weiß nicht, ob ich das sehr gut finde. Noah. Hat das verdammte Ding weg hier. Wie kommst denn du hier hin? Fuck. Holt mich, holt mich, holt mich. Wo ist sie? Die sind nicht mehr weit vorne. Einfach rennen, einfach rennen. Komm, komm, komm. Du schaffst es. Du schaffst, nein! Und auf zum letzten Gefängnis. Systeme ausgefallen. Meine Panzerung blockiert. Nein, 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 nein. Das haben wir nur gemacht, bevor wir sie hatten, um uns sowas zu sagen. Systeme versagen. Komm schon. Auf die Beine mit dir. Los, los, los. Wir müssen weiter. Ja, sag's nochmal. Nein, ich will schon nachladen. Ich schon wieder. Come on. Ich habe ihn eigentlich zurückge... Jesus. Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance. Ihr macht es hier raus. Wir kommen wieder auf den Weiß. Gegner, Lenny. Los. Los. Einer weniger. Feuer jetzt auf den Werter. Ja. Ihre Kampfkünste sind beeindruckend. Bald wird der Werter beziehen sein. Zumindest diese Körper. Er wird da selbst. Achten Sie nicht auf mich. Sie schlagen sich sehr gut. Ja, ja, super. Wir gehen jetzt hier hoch, Jungs. Hopp, hopp, hopp. Auf den los. Auf den. Auf den. Auf den. Auf den. Auf den. Auf den. So sieht's aus. Auf den. 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 Ich werde nicht länger dulden. Amen.